Ja, hallo und willkommen zurück zum nächsten Teil meines Let's Plays von Xenoblade Chronicles 2. Im letzten Teil haben wir Torigod betreten, die Hauptstadt von Gormod, oder die größte Stadt von Gormod, wie uns gesagt wurde. Leider mussten wir uns auch Leder von Nia trennen, weil Nia gefangen genommen wurde und wir nur mit der Hilfe eines Knopporns fliehen konnten. Und dieser Knopporn möchte nun, dass wir zu ihm nach Hause gehen. Das war der Punkt, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Also gehen wir diesmal weiter und schauen mal, was passiert. Das war der Punkt, was meine Orders waren. Sir? Ich habe dir gesagt, dass du die Bläde mit dem Emerald-Core-Krystal mit dem Emerald-Core-Krystal warst, habe ich nicht? Ich habe mich immer gesagt, dass du dich zu verabschiedern, zu verabschiedern, zu verabschiedern, zu verabschiedern, mit einer Bounty auf der Kopf. Aber, Sir, sie ist ein Mitglied der Torma. Ich sage es langsam für dich, um es zu verstehen, um es zu verabschiedern, zu verabschiedern, zu verabschiedern, mit dem Emerald-Core-Krystal zu verabschiedern. Oh, give me strength! Es ist Green, du Idiot! Emerald ist Green! Like this! Green! Get it, you Claude? Oh, Green! I get it now! So, Emeralds are Green. You Dunderhead! How many Blades do you see with Green-Core-Krystals? It's patently obvious! How do you mix that blade up with some worthless cat monster? Actually, Sir, technically I believe that's a tiger, rather than a... Silence! Consul! What is it? Haven't you heard of knocking? My apologies, Sir. It's just that Lady Morag has... What? Special Inquisitor Morag has just arrived from the Motherland. Already? Her ship has just domed. This... This cannot be happening! This cannot be a place to eat... My apologies. This might be a UFO sound. This can be a caricature in the realm and it's not hidden. It's kind of an aprend melhor here. Today I think it might be something that! Sie leben hier? Das ist nur die Backdoor. Die Frontentrante ist da. Das macht Sinn. Whoa! Ist das die Cloudsee, da unten? Wir sind so hoch. Nice view, eh? Tora likes to just sit and watch Cloud C sometimes. You have a wonderful home. Anyway, um, Rex Rex. Rex Rex? Rex Rex, Tora explain other reason I help you. You see, Tora always wanted to make driver friends. Ah, interested in drivers, are you? But of course. Tora think it's amazing how driver and blade join spirits together to make big power. Tora really want to be sidekick of Rex Rex. Um, you know my name is just Rex, right? One Rex, not two. What is point? Well, nothing, I guess. It just sounds a bit different from what I'm used to. Double name just show Tora's respect. Respect for great driver. Rex Rex should be proud. I'm not sure I've earned all that yet. Oh, all right. You can call me Rex Rex if it makes you happy. But instead of all this sidekick stuff, can't we just be friends? Really? Tora will be friend of Rex Rex? What a funny little guy. Hey, Tora, do you know much about this town? Huh? You wouldn't happen to know where the army takes prisoners, would you? Rex, you're not planning to. We have to save Nia and Dromark. I thought you'd say that. Oh, you talk about Driver and Blade who were with Rex Rex before Tora's daring rescue. Yeah. Meh, meh, meh. Tora would have to ask around town for info like that. Hmm. Before we do anything, time for food! All of today's running around make Tora hungry. Need food to help Rex Rex. I'm a little techish, too. Can't we eat later? I want to find Nia and Dromark as soon as possible. Stomach of Rex Rex tell different story. I can't help it, can I? Um, if it's all right with everyone, I could cook something. Pyra, I didn't know you could cook. Well, as long as fire is involved, I can do almost anything. Fry, steam, grill, you name it. Whoa! If you want ice cream though, you might have to find someone else. Well, you can't have everything. Tora, wo hast du denn deine Vorräte? Da drüben, Vorräte durch Mampfattacke letzte Nacht leider stark dezimiert. Tut Tora leid. Ja, jetzt ist es zu spät, um nochmal einkaufen zu sehen. Kochen wir einfach irgendwas aus dem, was wir hier haben. Mal sehen, was haben wir denn da? Pflicht oder Kürbisse, Glitzerknollen. Oh, und eine Öl-Öl-Ausler. Und da ist eine Fleischpaprika. Oh, und heiß Orangen auch noch. Aber das sind doch schöne Sachen. Kochen theoretisch überflüssig. Kostet nur Zeit. Kann alles hoch schnappuliert werden. Macht Tora seit Jahr und Tag. Oh je, deprimierende Eindrücke aus dem Leben eines jungen Gesellen. Komm, als ob das Bauen so viel anders ablaufen würde. Äh, Themawechsel. Paya, wie sieht's aus? Fällt dir was ein, was du damit kochen kannst? Ja, ich hab da schon ein paar Ideen. Ich suche mir einfach in der Küche, was ich baue, wenn das in Ordnung ist, ja? Erhalten, Glitzerknolle Pflicht oder Kürbisse heiße Orange. Öl aus der Fleischpaprika. Ja, damit haben wir jetzt, äh, Thoras Haus erreicht und sollen jetzt Essen machen, damit wir uns erstmal stärken können. In der Zwischensequenz haben wir gerade eine neue Person hier ankommen sehen, die anscheinend relativ wichtig ist. Ähm, das werden wir später aber dann auch schon direkt rausfinden. Jetzt wollen wir mit Pyras Kochkünsten erstmal was kochen. So, in dem Falle können wir nur die Glitzerpastete machen, für den Rest fehlen uns Sachen, die wir noch nicht gesammelt haben. Ähm, aber für die Glitzerpastete haben wir jetzt alles gerade automatisch bekommen, was wir brauchen. Oh Mann, das ist deliscious! Oh, yum, yummy! So, super, very tasty! Simply exquisite. I haven't eaten this well in 120 years. Glad you liked it. It seems like I did okay. I was worried I'd have gotten a little rusty over the years. It didn't taste rusty at all. Uh, um, I mean... But, Tora is curious. But, Tora is curious. Pyra is fire using blade, yes? When Tora broke that water pipe, Pyra could still make fire. Come to think of it, you're right. That Bridget, the Imperial blade, she used fire abilities, just like Pyra, but the water seemed to douse much of her strength. So, what are you saying? This world full of elemental energy called ether, yes? Ether comes in forms like fire, water, and wind. While battling, Drivers and blades both draw power from ether. But, fire not good with water. Other blade woman got splooshy with water, so... Fire powers all damp! But Pyra and I were able to use our powers with no problem. Indeed. They were unaffected. Why? Um, well... My powers don't... Come from fire. Meh-meh? If power's not fire, why look like flames? That may be a little complicated to explain. Go on, then. Tora like complicated things a lot. Well, um, uh... Uh, it... Knock it off, Tora. Can't you see you're making her uncomfortable? Eh. Everyone has things they'd rather not talk about. Right? I'm sorry. I'm sure... I'll be able to tell you about it soon enough. Don't worry about it. Right now, we need to think about how to rescue Nia. First, we go around town and find all information we can. Hmm. Yes, I dare say that we're all wanted criminals by this point. Pyra sticks out like a sore thumb. I'm so sorry. Don't worry, friends. Tora has an idea. Special Inquisitor Morag! To what do we owe this extreme pleasure? Had we but heard of your Grace's visit, we could have prepared a suitable... I don't stand on ceremony, Consul. I'd rather you just did your job. Y-y-y-your Grace? Someone of your standing deserves to be treated as such. You are his majesty's representative. Please permit us to lay on a meal befitting your Grace. Until then, we would be on our death. You made impressive time. I wasn't expecting you until tomorrow. If we have found the Aegis, then there is no time to waste. But I fear the passage has taken its toll on our engines. The Aegis? How do you... Is there a problem, Dougal? N-not at all, your Grace. Good. Now, you've captured a driver from Torna. I am going to speak with her. What? Why do you want... Dougal. I don't remember asking for your opinion. Y-yes, your Grace. I'll take you to her right away. Hm. So, you are the Torna Ruffian. I see. I think we have our wires crossed here. I am not talking about Torna. Huh? You're not? No. I was referring to your more recent traveling companions. The driver boy and his blade. Rex and Pyra. Well... That was easy. Damn it! This looks like it could actually work. Good idea, Torna. Right. Let's look for friends of Rex Rex. 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 Yes. And now we're again in the game. It had been a while. It had not been working on it. Auch wenn es unbeabsichtigt war, ist es natürlich ein bisschen dumm gelaufen, auf gut Deutsch gesagt. Ja, im Thorvars Haus kann man sich ein bisschen umgucken, hier ist aber nicht wirklich was. Das ist ein Sammelpunkt, der ist für uns gegebenenfalls interessant. So, und dann sollen wir jetzt in der Stadt ein paar Fragen stellen, um herauszufinden, wo gegebenenfalls Nia festgehalten wird. Weißt du etwas über ein Mädchen namens Nia, das von den Adenern gefangen genommen wurde? Ja, ich weiß was. Da war so ein Adener, der meinte, die Gefangene wird bald exekutiert oder so. Aber das ist gut, oder? Diese Tornatypen sind doch eh ein fieses Pack, soweit ich weiß. Ich habe zum Beispiel gehört, dass die ganz viele Meister mit rumgebracht haben, um deren Kernkristalle zu klauen. Echt cool, dass das Kaiserreich jetzt eine von denen geschnappt hat. Das Kaiserreich ist eh voll krass. Ich bin schon gespannt auf dieses Exekutieren und was genau macht man denn da? Naja, werde ich ja bald sehen. Seid ihr dann auch da? Ich hoffe jedenfalls, ich konnte euch weiterhelfen. Vielen Dank. Exekution ist jetzt nicht unbedingt das, was wir hören wollen. Rappen mit dem Kopf ist dann doch eher unpraktisch. Weißt du etwas über ein Mädchen namens Nia, das von den Adenen gefangen genommen wurde? Verzeihung, das Einzige, was mich interessieren, sind die Pflanzen. Von Klatsch und Tratsch halte ich nicht viel. Ich möchte Botaniker in Moor Adenen werden, müsst ihr wissen. Meine Eltern sagen allerdings, das sei zu gefährlich. Da gab es schon seit Jahrzehn Jahren keinen offenen Konflikt mehr zwischen Moor Adenen und Oraria. Na gut, in letzter Zeit treiben diese seltsamen Schergen, diese Torner, überall die Unwesen. Aber ansonsten, ich finde, wo Moor Adenen regiert, ist das viel sicherer und gar nicht gefährlich. Diese Stadt ist das beste Beispiel dafür. Moor Adenen Weißt du etwas über ein Mädchen namens Nia, das von den Adenen gefangen genommen wurde? Ja, ich habe davon gehört. Eine Torner soll diese Nia sein. Anscheinend stammt sie aus Scormod. Nia. Apropos, der Name erweckt Erinnerung. Gab es dann mal einen Lehnzern von Echel, dessen Tochter? Halt, reden wir besser nicht drüber. Die Geschichte ist leider ziemlich unschön. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Danke. Lehnzern mit einer Tochter? Sian. Weißt du etwas über ein Mädchen namens Nia, die von den Adenen gefangen genommen wurde? Nee, keine Ahnung. Aber die Erwachsenduschen schon den ganzen Tag untereinander. Sollen irgendwelche gefährlichen Leute hier aufgetaucht sein? Der Krieg zwischen Moor Adenen und Doraja ist erst 10 Jahre her. Ich hoffe, wir konnten hier weiter Frieden finden. Naja, die Adenischen Soldaten werden uns schon beschützen. Übrigens, hat Rexrex gesehen? Militärleute rekrutieren gerade Meister. Ja, ich hab's gesehen, als wir in der Stadt angekommen sind. Rexrex sollte auch bewerben. Aussicht auf Erfolg nach Thor aus Expertenanschätzung 100%. Was? Da kriegen mich keine 10 Pferde hin. Das idänische Kreis heißt Sucht nach mir schon vergessen? Nu. Stimmt. Schade, Thor hätte Zugang gesehen, was für Klinge Rectrex erweckt hätte. Wozu denn überhaupt? Ich hab doch schon, Pyra. Comrax, du weißt doch wohl, dass Meister mit mehr als nur einer einzigen Klinge resonieren können, oder? Hä? Nein, wusste ich nicht. Macht nichts. Das stimmt aber. Es gibt viele Meister, die mehr als nur eine Klinge befehligen. Jetzt, da Nia weg ist, wäre gegen etwas Verstärkung im Kampf eigentlich nichts einzuwenden. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn du dir noch eine Klinge zulegtest. Jede neue Klinge eröffnet uns neue Möglichkeiten im Kampf. Hm. Außerdem könntest du dann Pyra auch mal eine kleine Verschnauzpause gönnen. Auch ein Vorteil. Naja, wenn Pyra nichts dagegen hat, dann kann ich es von mir aus ja mal versuchen. Keine Einwände von meiner Seite. Je mehr, desto besser. Grünes Licht für Klingenhaare. Äh, ja. Klingenhaare, okay. Die Frage wäre dann, wo wir auf der Schnellen noch einen Känkristall finden. Die kann ich dir beantworten. Rein zu hell habe ich einen Off-Forward dabei. Als hätte ich es geahnt, dass dieser Moment mal kommen würde. Nur Opa hat Känkristall dabei, aber Kristall ist fast größer als Opa. Wo war der ganze Zeit versteckt? Konzentriere, Rex. Fokussiere all deine Gedanken auf den Känkristall, wenn du ihn berührst. Nichts prägt eine erwachende Klinge mehr als das jetzt des meistes, der mit ihr in Resonanz tritt. Zeichne im Geiste immer ein möglichst klares Bild von der Klinge, die du zu erwecken wünschst. Ähm. Keine Ahnung, was ich da gerade zeichne im Geiste, aber ich lege einfach mal los. Keine Sorge, Rex. Ich bin sicher, du wirst eine ganz wunderbare neue Klinge erwecken. Jetzt kommen wir zu einem der wichtigsten Feature in dem ganzen Spiel. Das Resonieren von Kernkristallen. In dem Falle heißt es, dass wir können ein Kernkristall resonieren, wir können ihn öffnen und sozusagen eine neue Klinge beschwören. Und durch Zufall kriegen wir eine Klinge daraus. Deine Ahnung, was ich nicht so, dass ich das so, dass wir uns bei den Klinge erwecken. Oh ne? Deine Ahnung, was ich das so? Oh ne? Ich bin sicher, dass wir uns wie bei den Klinge daraus Ja, und damit haben wir eine Klinge beschworen, leider ist das eine Standardklinge, die Standardklingen sehen alle relativ gleich aus, es gibt sie in der Form von Katzenwesen, sowas wie Dromark, dann diese muskulösen Typen, dann gibt es die noch in schmalerer Variante und natürlich auch männlich oder weiblich. Die seltenen Klingen, die man zufällig kriegen, auch kann, das ist die Sache mit dem Glück, was ich angesprochen hatte, wenn man die hat, die sind natürlich in dem Vergleich deutlich stärker und haben auch eigene Quests rein und alles. Das scheinst du ja wunderbar hinbekommen zu haben, resonieren ist so cool, Thor kann nie satt sehen, naja, viel machen musste ich dabei ja nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Gefährten mehr, dann sollten wir uns jetzt mal nach Nier umhauen, nicht zu hastig Junge, was denn jetzt noch? Vergiss nicht deine neue Klinge auch anständig auszurüsten, wenn du bei der Schmiede da Kernsplitter kaufst, kannst du ihre Waffe stärker stärken. Hat Reich 6 etwa noch nie Kernsplitter genutzt? Sind super praktische Dingsbumse. Ja, Kernsplitter können unsere Waffen umführen vielfach stärker machen, ok ok, ich hab mich überredet, ob wir schon einmal dabei sind. Das da ist ein Laden für Hilfskerne. Als einfacher Behrungstauch hattest du bisher wahrscheinlich keine Ahnung, was diese Läden machen, oder? Kann man so sagen. Aber ich war schon immer neugierig, was es mit dieser komischen Maschine anstellen. Das war am einfachsten, wenn du dir das Thema mit eigenen Augen ansiehst. Hilfskerne dienen dazu, die Fähigkeiten einer Klinge zu verstärken. Es gibt viele verschiedene. Einer stärkt Abwehr, nächste hilft im Kampf gegen Insekten, anderer macht Nacht stärker. Wie viele Hilfskerne ausgerüstet werden können, ist von Klinge zu Klinge unterschiedlich. Ich verstehe. Aber das Wichtigste kommt jetzt. Wenn du einen Hilfskern findest, ist er erstmal roh und damit dutzlos. Na super. Ach, Moment, ich weiß, worauf du hinaus willst. Diese Maschine ist dazu da, um die Hilfskerne benutzbar zu machen. Richtig geraten. So ist es. In der Maschine werden rohe Hilfskerne mit Sammelitems kombiniert und damit veredelt. Diesen Hilfskerne hier habe ich schon ne Weile mit mir rumgetragen, damit kannst du's mal probieren. Krit Rate hoch 2. Opa so klein und nackt, wo hat Opa Hilfskerne versteckt? Ach ja, ein paar Sammelitems brauchst du ja auch noch. Hilfschholz. Noch mehr Sachen, wer steckt? Tora hat ganz schlimme Bilder im Köpfchen. Los Rex, dann versuch doch mal den Hilfskern zu wählen. Okay. Aber wenn ich damit fertig bin, dann gehen wir endlich los und versuchen was übernäher rauszukriegen. So, dafür brauchen wir jetzt 8. Und auch die 8, die wir gerade gekriegt haben. Sammelitems erfordert ihr einen Hilfskern, Unterschiede Sammelitems. Je hochwerder der Hilfskern ist, desto seltener Sammelitems werden für die Veredelung benötigt. Augen nach Sammelpunkten auf. So. Da ist ein Schatz, den wollen wir direkt mitnehmen. Und direkt schon mal ein paar Kierenkristalle. Weißt du etwas über ein Mädchen namens Nias, wenn ihr an Dale angefangen genommen wurde? Was sind die denn für welche? Oh, oh, vielleicht ist es doch keine so gute Idee, die wir ausgeben haben, so einen indischen Soldatenansprung. Ähm, äh, ich wollte euch etwas fragen, aber jetzt habe ich gedacht, was ist es doch wiedersehen. Pah, geht doch zum Lokalen, wo man nur in den Fragen habt. Mit der Völkerung zu planen, gehört nicht zu unserem Buch verstanden. So. Ich gehe mal fast von aus, wir dürften jetzt noch mehr Sachen kriegen. In dem Falle wahrscheinlich Klingen, oder Klingenkristalle. Oh ja, wir haben schon mal jetzt 20 seltene Kernkristalle und 10 legendäre Kernkristalle. Was wir wirklich wollen, ist in dem Falle versuchen, so früh wie möglich ein paar seltene oder legendäre Klingen zu bekommen. Daher versuchen wir es kurz mal ein bisschen. Was ich sicherlich früßt? Ja. Super. Das ist eine seltene Klinge. Man sieht, die haben eine eigene Zwischensequenz, wie sie erzeugt werden und wenn man unten sieht an den Kronen, die sind schon mal deutlich hochwertiger und der große Unterschied ist halt auch, wenn man die Klingen ausrüstet, die normalen Klingen, die einfachen Klingen haben halt einen Harmoniering, der sieht so aus und wenn ich dann aber Boreas angucke, sieht der Harmoniering genauso aus wie bei Pyra. Also letztendlich will man versuchen, mit Glück so viele seltene Klingen wie möglich zu haben, dass sie jetzt direkt Boreas gekriegt haben. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder nicht. Beim ersten Mal spielen habe ich auch Boreas als erstes gekriegt. Boreas hat auch eine eigene Questreihe, die man später in dem Fall auch freistellt. Also jede seltene Klinge hat eine eigene Questreihe, ein eigenes Wesen. Das ist in der Hinsicht schon alles sehr interessant und sehr groß aufgebaut. Und wenn man sehen will, wie viele Klingen man hat von den seltenen, dann sieht man hier. Kann ich nicht zeigen, weil er spoilern mir schon die ganzen Klingen, weil er mir alle anzeigt, die ich vorher schon hatte mit dem anderen Spielstand. Aber um mal kurz durchzuscrollen, es sind ein paar mehr. So, viel mehr resonieren drohen gerade leider auch nicht, weil wir aktuell nur zwei ausrüsten. Jetzt haben wir schon mal einen mit ausgerüstet, das ist schon mal an der Hinsicht gut. Wenn wir irgendwelche Quests machen, kriegt Boreas automatisch mit. Gutgeschrieben für den Harmonie-Ring und alles. So, wir sollen zum Innovament gehen, hieß es. Weißt du etwas über ein Mädchen namens Nia, das von den Dainern gefangen genommen wurde? Turuni weiß Bescheid, ja. Aber Ruf von Turinis verwandeln von Infos in Katsching. Blau oder Blau ohne Katsching ist nicht drin. So, Gerüchtsschlachtschiff. Eine Gomotti wird auf den Schlachtschiff gefangen gehalten. Danke, Pon. Ein Titanen-Schlachtschiff wird ein weiblicher Gomotti gefangen gehalten. Name von Häftling hat Turini leider nicht erfahren können, aber gibt Flüster-Flüster-Gerüchte, dass das ganze Riesenschiff nur für kleine Gefangene angezahnt ist. Leute aus Gormat eigentlich aus gutem Fuß mit Kaiserreich wollen keinen Zank. So lautet Turinis Zusammenfassung von allgemeiner Stimmung in Torrigott. Puh, damit alle Infos raus. Freunde zufrieden? Danke. Und damit wissen wir jetzt, wo Nia ist. So, und jetzt sollen wir zurück zu Toras Haus gehen, um das weitere Vorgehen zu beraten anscheinend. Wir können auch auf einmal faul sein. Können wir faul sein? Ja, können wir. Einfach die Schnellreise nutzen. Kürzen den Weg ein bisschen ab. Wir sind hier. So? Nia und Dromark. Exeggelt. Es geht nicht darum, zu denken. Aber nach diesem Warschiff wird kein Problem sein. Wir brauchen einen Schnellreise plan. Die Schnellreise? Die Schnellreise? Die Schnellreise? Die Schnellreise? Wir brauchen eine Schnellreise plan. Wir brauchen einfach einen vollen Atacke. Nein, Rex. Wir können nicht jeden in危機. Genau. Entschuldigung. 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 Ich sache, das ist eine der Grand Arbore des Ressels. Wenn diese Schnellreise ist, wird es rechtlich. Es geht darum, von der Kiste, bis zur Hunde und der Warnung. Und hier. Es sieht aus wie eine Art von Cargo. Können wir in diese Richtung gehen? Oh, genau. Keiner wird uns sehen, wenn wir in von unten gehen. Es ist eine Angelegenheit rund um diese Entrennung. Bei Nacht, nicht sogar die Arbeit hier. Es sieht aus, dass es unsere einzige Option ist. Dann ist es ein Plan. Mäh-häh-häh-häh. Tora? Tora, ich habe etwas zu zeigen. Was ist das, dann? Keiner hat das noch nie gesehen. Ein Geheimnis von Tora. Eine Artifische Blad. Eine Artifische Blad? Ich kann es nicht glauben. Tora hat immer gesagt, dass sie einen Geheimnis von Blad haben. Aber Tora... Tora hat kein Potenzial für die Korps-Krystal wundern. Wie kann man das wissen? Ich weiß das. Sicherlich muss man einfach versuchen und... Oh. Du hast, nicht wahr? Ja. Ein Jahr vorhin. Ja. 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 Dann, Wobei, Tora, diese Bedeutung, so weit wie ich sehe, sieht es complete. Was ist es noch mehr zu tun? All Tora hat es noch mehr zu tun, ist es zu kaufen, die Teilen. Aber Tora hat keine mehr zu tun. Oh, wirklich? Wirklich? Nichts. 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 Nichts, Wongold. Also, du hast einen Anruf? Uh, nicht ... Loan. Um, closer zu ... Generous ... Donation. Just like Anopon. Always shrewd when it comes to Gold. But, but, but if Tora completes Artificial Blade, Combat Capabilities will be big help on Mission. Well, yeah. If it works, you may have a point. So, how much exactly do you need? Oh, no more than 60,000 gold? 60,000? Do you want a kidney as well? Calm down, Rex. I think we owe Tora our help. If it's just money he needs, I may be able to assist. Assist? How exactly? Nothing illegal. I HOPE! Don't even joke, Gramps. This is a natural crystal. It should fetch around 60,000. No way. We can't let you sell that. But ... No! It wouldn't be right. That's it. I'm paying for the parts myself. Very admirable. Meh, meh! Rex, Rex is too generous! This blade of yours had better be seriously useful though, Tora. Up! Leave that to Tora! Well then, let's go, I guess. Yippee! Will they really be okay? I suppose they'll have to be. Also, was brauchst du denn alles, um deine künstliche Klinge fertigzustellen? Tora braucht optimal Distanzsensor und drei Bionen-Konnektoren. Oh, davon habe ich noch nie gehört, weder von dem einen noch von dem anderen. Optimal Distanzsensor braucht Tora für Augen von künstlicher Klinge, verstärkt sie Kraft enorm. Ist leider nicht billig dran zu kommen, geht aber nicht ohne. Und dieses Bionen-Konnektor? Bionen-Konnektorn ist allgemein extrem nützliches Teil, aber Tora braucht vor allem, damit Hut nicht runterfällt. Wäre da ein herkömmiges Stück Schnur nicht ausreichend? Und wo können wir diese Bauteile kaufen? Ein tolles Krimskrams-Geschäft namens Kremerladen Magia. Laden ist an Seitengasse gleich links von jedem Eingang von Torikot. Dann müssten wir ja schon dran vorbeigekommen sein. Okay, dann nichts wie hin. Ja, in dem Falle haben wir jetzt also ein neues Ziel. Tora will uns gerne unterstützen. Mit einer künstlichen Klinge. Allerdings braucht er dafür ja, noch Materialien. Das heißt, wir gehen einmal schnell zum Tor von Torikot. Wir haben schon auf der Karte gerade gesehen, dass es anscheinend jetzt wieder ein paar mehr Nebenquests gibt. So? So? Schauen wir? Ich lasse die Nebenquests gerade erstmal stehen und spreche mal mit der Person, die wir jetzt brauchen. Hereinspaziert meine Lieben. Tora hier um Bion-Connectoren und optimal Distanzsensor zu kaufen. Oh, du bist doch der Noppern, der exakt diese zwei Teile neu so angeschmachtet hat. Was? Tora wurde beobachtet? Naja, nicht Absicht, aber wenn jemand drei Stunden lang dasselbe anstarrt, fällt das irgendwann auf. Äh, da muss ich dich enttäuschen. Die optimalen Distanzsensoren sind gerade alle ausverkauft. Bion-Connectoren haben wir aber noch jede Menge. Die kosten 4.000 Gold ein Stück. Dann wären wir mit drei Stück ja bei 12.000 Gold. Mensch, die sind teurer als ich dachte. Rexrith hat versprochen Bauteile zu bezahlen. Sonst jetzt kein Rückzug, sonst Tora ewig schmol schmol. Ja, ich weiß, versprochen ist versprochen. Nur, Mann, das ist echt nicht billig. Sag mal Junge, du bist nicht zu viel Embegungsdauer. Und ob ich das bin? Ein richtiger Profi sogar, wenn ich das mal sagen darf. Warum versuchst du dann nicht einfach die Bion-Connectoren selbst zu bergen? Zu dieser Jahreszeit zieht man die wohl sogar schon recht häufig aus dem Wolkenmeer. Die Idee ist gar nicht so schlecht, die könnte klappen. Ein Versuchs wäre es jedenfalls wert. Prima fein, Rexrex versucht. Tora feuert an. Ich, ähm, feuere dich auch an. Das größere Problem ist und bleibt wohl der Optimal-Distanz-Sensor. Ließe sich so etwas nicht vielleicht auch im Wolfenbeid bergen? Eher nicht. Man findet die fast nie nur, wenn die Titanen in ganz bestimmten Positionen sind und die Strömungen stimmen. Und selbst dann bräuchten wir immer noch eine gute Portion Glück, um es herzlich ein zu erwischen. Wenn wir alle Zeit der Welt hätten, wäre das vielleicht eine Option, aber die haben wir ja leider nicht. Eher, kann ich kurz stören? Wenn mich nicht alles täuscht, ist die Dame dort eine Klinge und du bist ihr Meister, korrekt? Huch? Ist das so offensichtlich? Halt, stopp, stimmt alles nicht. Rexrex und Tora sind auch Klinge. Und ich bin, äh, ihre Meisterin. Ach was, wenn, dann wäre ich ja wohl der Meister. Leute, glaubwürdig Kling geht anders. Können wir nochmal von vorne anfangen? Sachte, sachte, macht euch mal nicht gleich ein Zähm. Ich bin Botaniker, kein Soldat oder so. Mein Name ist Sedwin. Freundes Botaniker? Sieht nicht aus wie Botaniker. Sieht eher aus wie ein duerstarker Hauhau-Meister. Das krieg ich oft zu hören, wenn auch nicht in genau die Formulierung. Na jedenfalls, ich wollte nach Lasham rüber, aber da lungert ein Monsterraum, mit dem ich allein nicht fertig werde. Ich hab bereits versucht die Armee um Hilfe zu bitten, aber da wollte mir keiner zuhören. Dann hab ich euch gesehen und mir gedacht, die sehen stark aus, die könnten mir helfen. Ich hab in meinem Lagerhaus noch ein optimales Stunt-Sensor. Falls ihr mir helfen wollt, gehört er euch. Oh, fantastisch. Da sind wir dabei, würde ich sagen. Die Insel Lasham ist leicht zu finden. Verlasse die Stadt durchs Haupttor, dann seht ihr sie auf der linken Seite. Erleg doch bitte das Juppen-Krabbel. Aber du schenkst das bloß nicht, diese Biest kann gut austeilen. Mensch, das ist ja alles sehr praktisch gerade hier, wa? Wir können die 12.000 Gold sparen, indem wir Bergungstauchen machen. Und wir können das andere Teil finden, indem wir einen Gegner töten. So. Ähm, die Quest hier vorne können wir direkt mal schnell annehmen. Die geht relativ zügig. Kennt ihr den Laden Gemüsegourmet? Dort kennt ihr sicher auch Tenne, die dort arbeitet. So ein liebes Mädchen. Leider ist ihr Vater kürzlich verstorben. Ihre Mutter hatte sie schon vor längerer Zeit an einer Krankheit verloren. Jetzt ist sie ganz allein. Sie hat zwar ein gutes Händchen für Neupunkt, aber ob sie das ganze Geschäft allein stemmen kann? Ehrlich gesagt mache ich mir große Sorgen um sie. Könntet ihr Tenne nicht ein wenig unter die Arme greifen? Was meinst du dazu, Rex? Ich müsste erstmal mehr dazu hören, bevor ich meine Meinung bilden kann. Also, als erstes solltet ihr bei ihr einkaufen. Am besten jedes Produkt einmal. Wenn ihr euch mit ihren Waren auskennt, würde sie euch sicher vertrauen. Ich bin sicher, dann würde sie euch auch die Besitzurkunde von Gemüsegourmet verkaufen. Das heißt, ihr werdet der neue Besitzer des Ladens. Dann könnte Tenne sich ganz auf das konzentrieren, was sie am besten kann. Die Einnahmen fließen zwar nicht in eurer Tasche, aber auch für euch hätte es viele Vorteile. Ihr könntet zum Beispiel leichter Gegenstände finden oder schneller laufen. Na, was meint ihr? Würdet ihr das für euch tun? Rex, ich bin mir sicher, das würden wir hinkriegen. Was meinst du? Solange du bei mir bist, Pyra, gibt es nichts, was wir nicht schaffen. Das wollte ich hören. Wie gesagt, zuallererst müsst ihr euch einmal quer durch ihr Sortiment kaufen. Auch ihr neustes Produkt solltet ihr euch einmal ansehen, den Puri-Salat. Ja, das ist so ein bisschen die Einführung in Läden kaufen, die Urkunden bekommen. Hier beim Gemüsegourmet kochen wir nur mit dem feinsten Handbläsengourmet Gemüse. Unsere Gerichte stecken voller Würze und das schmeckt man auch. Ihr sollt gleich mal eins probieren. Wichtig ist tatsächlich, alles einmal kaufen. Und wenn man jetzt den Laden einmal verlässt und wieder betritt, sieht man jetzt plötzlich, dass es eine Gourmet-Urkunde gibt. Und diese Urkunden können tatsächlich unterschiedliche Effekte haben. Das sind dauerhafte Effekte. Jeder Laden kann einen bekommen. Und hier ist es jetzt in dem Falle, dass der Einsammelradius für E-Tens wird um 50 cm erhöht. So, und da wir das jetzt gekauft haben, ist jetzt im Prinzip die Quest auch schon abgeschlossen. Jetzt können wir Bowery noch kurz Bescheid sagen. Ich muss euch wirklich danken. So glücklich habe ich Tennis schon lange nicht mehr gesehen. Sie ist zwar äußerst freundlich, aber auch manchmal etwas stur. Deshalb hat sie strikt abgelehnt, als ich ihr als alter Freund meine Hilfe angeboten habe. Aber ich habe mir nun mal Sorgen um sie gemacht. Da musste ich mir irgendwas einfallen lassen. Dank eurer Hilfe hat sie jetzt neuen Mut gefasst und wird den Laden ihrer Eltern weiterführen. Alles erledigt würde ich sagen. Achja, was für Tennis-Laden gilt, geht auch bei allen anderen Geschäften genauso. Wenn ihr ein Exemplarieres Produkt im Angebot kauft, könnt ihr danach die Besitzurkunden erwerben. Ihr werdet es sicher nicht bereuen. Was genau ihr davon habt, ist von Laden zu Laden unterschiedlich. Die Wesentlichen haben bereits am Anfang alle Produkte. Die Entwicklungsstufe muss gesteigert werden. Wichtig ist, am Anfang kann man so gut wie keine Besitzurkunden kaufen. Weil die meisten den erst nach mit erhöhter Entwicklungsstufe dann auch wirklich die Items bekommen. Und das ist jetzt in dem Falle... Jetzt sieht man hier, Gemüsegummi hat jetzt einen kleinen Stern neben dem Namen. Das heißt, das Ding ist komplett abgeschlossen. Das ist unser. Und das wollen wir im Laufe des Abenteuers auf jeden Fall auch immer wieder machen. Damit wir halt kosten eine ganze Menge Geld auf jeden Fall. Also wir brauchen auch eine ganze Menge Geld dafür. Aber es lohnt sich halt, weil auch Sachen wie dabei sind. schneller laufen. Noch höherer Einsatz, einsame Geschwindigkeit. Oder all so Sachen. Passiv irgendwie auch, ich glaube, ein bisschen mehr Erfahrung. Ein bisschen mehr Geld kriegen. Also da sind relativ interessante Dinge dabei. Aber na gut. Jetzt haben wir sozusagen genug gemacht, diese Episode. Wir haben jetzt ein neues Ziel. Wir wollen Tora helfen, um seine künstliche Klinge zu bauen. Wir haben die beiden Quests bekommen, wie wir die ganzen Gegenstände kriegen. Und darum werden wir uns das nächste Mal kümmern. Also in dem Falle verabschiede ich mich. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.